hallo und herzlich willkommen zu let's play estranged ich weiß nicht ob ich sicher gesprochen habe akt 1 ist es kostenlos auf steam und ich war schon kurz drin und es verdammt gut aus wie ein kostenloses spiel muss man sagen wir starten jetzt einfach mal ein neues spiel und ja also meiner mannach sieht verdammt gut aus wie ein kostenloses spiel auf jeden fall besser als zum beispiel normal um heiß auf der grafik her ich werde nicht vorlesen weil er einfach kennt es eins falls es zu laut ist entschuldigung oh gott wo bin ich vor dem bild kann ich hören Jonathan Darrell ja ich bin für dich was für Dinge also ich bin mir sicher ich war immer eine funktion aber es könnte sein das ist ein horrorspiel ist ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich habe keinen spiel oh 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 ich habe ich genommen aaaaaaaah wo bin ich Was ist das für eine Insel? Creepy... Ok... Scheint... Da... Lol... Scheint ein Half-Life-Mod zu sein... Ich hab dich gar nicht bedurbt... Was ist das für eine Insel? Ey, was ist hier los? Okay. Staschnuppe? Nein. Was möchte ich machen? Ah, ja, ich hab ne Idee. Oh, richtig. Hey, guck mal. Komm, wir haben noch ein paar Sekunden. Scheiße. Das ist mir so viel. Nur den Scheiß-Ziegelstein. Was für ein Horror-Spiel ist es eventuell hell? Zu hell? Ich kenne mich damit nicht so aus, aber... Wenn vor... Nein, ich muss das jetzt nicht wirklich alles vorlesen. Na, komm, bock, ne? Aus. Nein. Nein. Nein, ich kann nicht lesen. Okay. 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 Also, das hier Splint. Ich weiß eigentlich nichts über das Spiel. Bisher. Ich weiß nur, es ist kostenlos. Und wir sind da... Kann ich hier hoch? Kann ich da hoch? Ne. Es ist kostenlos. Und das ist auch schon alles. Ich weiß. Okay. Da geht's lang, aber ich will gucken. Vielleicht irgendwo noch eine Waffe, oder? Und was für die Dinge haben die Insel übernommen? Ich meine, er hätte gesagt... Diese Dinge... Sie haben die Insel übernommen. Ja, toll. Welche Dinge? Menschen? Zombies? Auf den... Er schreckt mich nicht! Are you okay down there? Come on up! Und deine Zombies. Alter, ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Hallo! Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Also, äh... Entschuldige die Mühe. Das war dein Boot, nicht wahr? Ich habe nicht einen Survivor erwartet. Also, wir gehen ins zu. Komm! Oh, und trainal mir das viele Male travaillieren! Oh! 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 Oh jcoon! Oh! Ihr ein, was man... Você mir auch nett, das war, wenn du eine Radie explektigst! Oh ja! Ich war fdefined wegen dem dann, dass ich eine Abwechheit vermiche hatte, mein Geld nennen. mit einer verdammt Kurfü-Message. Look, take my gun. I don't need it anymore. You'll need to make your own way, though. Go out of the back door. It'll take you to a river. Follow the river to the Nature Reserve and then you can follow the rails into Wentworth. I'm sure that's where it's coming from. Look, before you go, I came here with my wife and daughter on holiday three months ago. Around the time this began. We got separated, but please, if you find them, keep them safe. Do what I couldn't. Is anyone there? Is anyone there? Is anyone there? I can't for everything. It's better. I don't know. Was ist grade aufgefallen? Die Flasche hat Batterien Ja, also die ähm Die hat Batterien Ja, also Die Flasche hat Batterien Okay, kommt nicht weiter Es gibt übrigens drei Kapitel Das kann man nämlich am Anfang, wenn man das Spiel startet Falls man das nicht gesehen hat Kann man auswählen Lade Daten Ist das schon eine HFL-Krankheit? Das ist wohl bei HFL auch so Weil, äh Ah, bei Portschlein war das auch immer so Genau Okay Spannst Da hinten ist dein Haus Warum lag eigentlich die Bombers Munition? Ja Warum? Ein Kind sollt aufgehen Ich hab irgendwas gehört Ich hab Angst Wop 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 Alter Ab nochmal Ich hab Ab nochmal Angst gerade Ich hab Ab nochmal Angst gerade Wop 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 Ich hab Angst Weiß es hat mich noch keinen Endes die Gegner angegriffen Und ich hab einfach Angst Wop 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 Okay. Was ist da der Mann? Oh Gott, Moni. Wer hat Lust auf ein bisschen Zäume ge... Oh mein Gott. Wieso habe ich plötzlich das Gefühl, dass ich Money bekommen habe, nichts Gutes heißt? Das ist bestimmt einer. Oh, da ist einer! Ich wusste es! Oh Gott. Scheiße, Alter. Meine Fresse. Ich habe schon mal keine Lust mehr. Ja, ich erschrecke mich zu mir schlecht und ja, ich bekomme zu mir schlecht Angst. Ich bin halt in der Posse. Was habe ich denn da? Äh... Wieso? Joak? Wieso? Was ist denn da drin? Mann, ich will hier nicht durch Was genau soll ich jetzt machen? Was ist denn da drin? Ist das richtig? Ich hab jetzt schon ein bisschen... äh Komm ich hier jetzt nicht mehr raus, oder was? Nicht denn eins, oder? Ah doch Warum ist das Tor zugegangen? Ich guck mal kurz nach, wie lange es hier jetzt schon geht Und ähm Dann würde ich sagen Wenn es schon lange genug ist, dann würde ich sagen, bis gleich Und wenn nicht, dann Ja, dann spiele ich Vielleicht noch ein bisschen weiter Äh, falls schon lange genug ist, würde ich mal sagen Das war's mit dem ersten Vielleicht letzten Part von Ich hab den Namen vergessen Okay Hallo Nicht wirklich, oder? Okay Äh So, das war's dann mit dem ersten und vielleicht letzten Part Eventuell Was ist das? Eventuell mit dem ersten und vielleicht letzten Part von Ich hab den Namen vergessen Und dann würde ich gucken Guck ich mal kurz, wie lange ich schon Die Folge hier aufnehme Bis gleich Bis gleich